Warte mal, ich muss erstmal meine Sensitivity höher machen. Ich muss hier 10 Stunden drehen mit meiner Maus. Wie geht denn das? Tastatur? Ah, Mausempfindlichkeit. Ja, ich mach mal auf. 40. 40. Springen, automatisch rennen, angreifen, kriechen, gleiten, sprinten. Okay, anwenden. So. Ah, hi. Bist du auch in der Ego-Perspektive? Ja, ne? Ja. Okay. Gott, sind wir Kleene. Ah, hier rennt man. Oh, die Grafik ist aber geil los. Gehe dem Signal bis zu seiner Quelle nach. Ist das bei dir auch? Ja. Ach, muss man hier. Hä, wie hast du das eingesammelt? Auf E. Ach so. Hey, du. Hm. So, was ist denn da links alles? Warte mal, wir müssen noch essen und trinken ab und zu. Genau so war das. Oha, die Grafik. Ich hab auch einen Stein. Komm her, Kleene. Oha, guck mal nach oben, wie groß, wie geil das aussieht irgendwie. Hä? Der Riesenbaum da. Ah, ja. Interagiere mit dem Computer, mach du mal. Ich sammle immer so ein bisschen hier was ein. Ah, man kann hier Blätter einsammeln. Ah, es ist ein Survival-Game. Du analysierst das mal alles. Hä? Muss ich das jetzt auch hier machen? Analysiere. Analysieren. Space. Ah, jetzt analysiere ich alles, was ich aufgesammelt hab. Ach so, wenn man den Stein analysiert, dann kommen Rezepte, was man damit bauen kann. Genau. Und ich krieg hier einen Schmalz. Was, was du nicht hast. Plus 15. Boah. Ich hab schon so einen Grashalm gescannt. So, wie baut man jetzt? Warte mal, wo ist denn hier das Bauen? Ach so, hier kann man den Stein werfen. Äh. Entschuldigung. Stelle eine Kiesel-Axt her. Welchen Knopf muss ich denn drücken, damit ich mein Baumenü aufmachen kann? Hä? Guck mal, hier ist ein Käfer. Guck mal. Hier ist ein Käfer. Hier ist so ein Käfer, er läuft hier rum. Hä? Wo kann ich bauen? Auf X, auf Q, auf F? Ach, wenn man auf Tab drückt. Kiesel-Axt. Ah. Herstellen und ausrüsten. Geht nicht. Weil mir noch ein Sprössling und ein grobes Seil fehlt. Ah, ein Seil kann ich auch herstellen. Herstellen. Was machst du denn da? Ey, kräft doch keine Ameisen an! Bist du fadet die Katerstätten? Ihr ist alles egal. Also ich brauche ein Sprössling, dann kann ich uns eine Axt machen und dann können wir das hier abholzen. Schau mal. Ah, hier ist ein Sprössling. Hä, wieso kann ich das nicht? Ich kann nicht. Bitte? Rede mit mir, Mädchen. Krater? Du musst aufpassen, die Viecher können uns platt machen am Anfang, ne? Ja. Das ist ein bisschen verrückt. Strenz, die Aufsau. Aber wo kriege ich diese Dinger her? Sprössling. Ich brauche Sprössling. Hier sind noch Sprösslinger. Die brauche ich. Wo, 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 wo? Hier. Ah. So, und jetzt kann ich uns eine Axt machen. Oder mir. Ja. Nee, jetzt fehlt mir wieder mein Stein, weil ich den ihm weggeworfen habe. Aber hier. Okay, jetzt. So, eine Axt. Ja, schön. So, hier, guck. Ich hab sie. Jetzt können wir hier diese Dinger hier abholzen. Guck mal. Ja, aber warte, jetzt brauche ich das auch. Ja. Also auf Tab. Äh. Kiesel-Axt, ne? Hm. Drei Sprösslinger. So, ich hab hier für uns ein paar Blätter. So, wir sind noch Sprösslinger. Das muss ich hier... Nee. Ey, wir können ein Haus bauen. Klee-Haube. Also auf jeden Fall muss man erstmal alles einsammeln, was geht. Herstellen. Diese Lachs ist hergestellt. Sehr gut. Ich hab da schon ein paar solche Dinger hingelegt neben unserer Hütte. Und damit können wir ein Haus bauen. Ey, die Grafik ist voll geil, irgendwie. Oh, hier sind ganz viele... Oh, nein. Ey, bei mir kommt wieder so ein Vieh. Bei mir auch. Ich mach das grad mit der Axt platz. Ja, 25 Sekunden hab ich noch. 24. Wie, bist du tot? Ja, das hat mich angegriffen. Oh nein, ich komme gleich. Ja, das ist, weil wir die am Anfang angegriffen haben. Man darf das nicht. Ja, ich bin jetzt auch gleich tot. Oh, ich versuch wegzulaufen. Ja, aber schaffe ich nicht. Wie soll ich die bekämpfen? 13, 12. Ja, er kommt hinterher. Was soll ich machen? Er tötet mich jetzt. Ja. Das war's. Man darf am Anfang nichts angreifen. Okay. Was muss ich jetzt drücken? Hä? Achso, eh. Kommt man denn jetzt nochmal wieder? Respawn. Ah ja. Jetzt ist meine Axt weg. Nein. Meine ist weg. Wie? Meine Axt ist weg. Wir haben alles verloren. Nein, ich hab meine Axt noch. Was denn noch? Nee, meine ist weg. Drück mal auf eins. Naja, da ist nix. Ach, warte mal. Mein Rucksack wird da angezeigt, da drin. Ich muss wieder meinen Stuff holen hier drin. Ah, guck mal. Hier sind die Rucksäcke. Ah, jetzt hab ich wieder alles wieder. Okay. Jetzt kommt auch wieder so... Ah, nee. Wir greifen jetzt nichts an, bitte. Nein. Wir müssen irgendwie bald was essen. Unten links. Hey, du hast einen Müsli-Riegel entdeckt. Ja. Der lag ja auf dem Tisch. Achso. Dreimal pflanzenfaser. Sag, 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 heul's! Finde etwas Essbares. Stelle ein Faserband her. Kiesel-Hammer, Kiesel-Axt, grobes Seil. Ich hab hier Päte gefunden. Yay! Können wir die essen? Ich hab ein Speer gemacht. Jetzt hab ich ein Speer. Inventor. Ich komm zu dir. Oh, ja. Hier sind wirklich Pilze. Ich sammel mal ein paar rein. Ach, auf sechs hab ich die. Kann man die essen? Ah, ja. Jo, ist das ein Baseball da, oder was? Hm. Ja, was ist das denn? Trockener Grasbrocken entdeckt. Okay, wenn du willst, kannst du auch einen einsammeln. Dann hast du es auch entdeckt. Ah, guck mal, man kann hier Wasser trinken. Aber da steht ekliges Wasser trinken. Ja. Was passiert dann? Warte, ich trinke mal. Ah, draufhalten. Ah, Essen geht runter, aber trinken geht... Hä? Scheiße, ich kotze oder so. Mein Essen ist voll runtergegangen. Ich esse nochmal ein paar Pilze. Okay, so ist jetzt wieder alles gut. Jetzt muss man immer... Man muss immer, wenn man was Neues hat, zu dieser Forschung da, oder? Und das immer wieder erst erforschen. Was man damit bauen kann. Also ich muss ein Faserverband herstellen. Steht oben links. Ich weiß aber nicht wie. Herstellen. So, 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 so. So. Oh, hier ist eine kleine Larve, die tötet die. Oh, ist Läusefleisch. Ja, das habe ich gerade eingesammelt. Wir müssen den Grill bauen. Du musst einen Faserverband erstmal herstellen. Das musst du auch erstmal, das habe ich keine Ahnung. Das steht bei mir noch nicht bei dir? Ja. Echt? Was brauchen wir dafür? Warte. Moment. Wo steht denn das bei dir? Herstellen. Ach doch, bei Gesundheit. Wir brauchen Saft, ne? Faserband, genau. Also Pflanzenfaser habe ich schon 17. Aber wo kriegen wir denn Saft her? Saft kriegst du von den Ästen her. Hm? Zeig mal, welche. Ich komme mal hinterher. Welche Äste? Hier braucht man eine Hacke für. Diesen Ast, in den wir eben hochgegangen sind. Wo war das? Oh, Klee. Oh, man kann diese Blätter einsammeln. Okay, warte mal. Ich höre irgendwie was. Guck mal, hier ist ein Elektrokabel. Oh. Hier. Und hier sind sie so kleine. Ey, die greifen mich an, die kleinen Pistinger. Pistinger. Oh, lecker Fleisch. Guck mal, hier sind überall solche Löcher. Die fressen sich. Sie machen das Kabel kaputt. Sammle du ein, die Dinge. Mal ein bisschen Fleisch. Ich mache mal alle kaputt hier. Ich muss das Kabel heile bleiben. Oh, oh. Ich renne hier gerade das Kabel hoch. Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße, ich habe mir das Genick gebrochen. Aber wo kriegt man Saft her? Hier, bei mir. Da, wo der Baseball war. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wo? Hier musst du hoch und dann klebt das da an den, an den Seiten eigentlich. Hm? Ja, oder du hast es jetzt schon weggenommen, oder? Also hier ist kein Saft. Hast du denn schon zwei Saft, dass wir ein Faserband herstellen können? Ja, kann ich dir das irgendwie rübergeben? Wieso kannst du es nicht herstellen? Doch, aber jeder muss das für sich selber herstellen. Ach so. Ja, dann... Stapel fallen lassen. Warte. Da, hinter dir. Warte. Ja, aber einen hast du mir nur gegeben, ne? Ja, ich habe nur einen. Ach so. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen suchen. Wir hätten ja mal... Ah, ja, jetzt sehe ich es. Ja, aber jetzt sehe ich es auch. Ah. Jetzt hast du mir wieder beide weggenommen. Kannst du noch mal droppen? Oh nein, du hast eine Ameise angegriffen. Nein, ich habe nur den Grasheim. Aber er war sauer. So, Inventar. Fallen lassen. Wie sieht es bei dir mit Essen links unten aus? Na, nicht so gut. Wir sollten mal uns was bauen jetzt in der Base. Ja, ich muss sowieso erstmal zur Base, um das zu analysieren. Ja. Wo war denn das? Ah, Forschungsstation. A auf M hat man eine Map. Hä? Icecaps Pastillen? Was ist das denn? Okay, hier gehen wir gleich hin. Ich gehe erstmal zur Station zurück. Oh, du hast einen Fliegenpilz entdeckt. Groß Fliegenfleisch. Oh, ich habe... Du tötest alles. Nein, ich habe Pilze gefunden. Ah, so. Ich analysiere hier gerade mal alles, was ich habe. Da bist du. Oh, ich kann einen Pfeil bauen. So, baue ein offenes Zelt. Okay. Herstellen. Ja, ich kann sogar eins bauen. Hier, ich habe zwei Zelte für uns gebaut. Wieso kann ich das denn nicht mehr analysieren? Das, was du schon analysiert hast, oder was ich, glaube ich, schon analysiert habe, das kannst du nicht. Du kriegst, glaube ich, automatisch die Rezepte. Oh, ein offenes Zelt. Hier, kannst du das fertig bauen? Mit den zwei Sprösslingen, die noch fehlen? So. Setze deinen Respawn-Punkt auf ein offenes Zelt. Warte, ich nehme das hier. Respawn-Punkt setzen. Ah, okay. Ah, gut. Jetzt haben wir hier dann Zelt. So, jetzt.